Herzlich willkommen zur Talk24 am 1. März. Im Verfahren um den geständigen Windparkbetrüger Hendrik Holt gerät Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weiter unter Druck. Laut einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung beteuerte Holt heute auf Nachfrage des Richters erneut, dass er mit Spahn über einen Deal über Desinfektionsmittel gesprochen habe. Spahn bestreitet dies. Der Ex-Minister hatte bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück allerdings angerufen und eine Art Rechtsberatung erwartet. Der Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, Dr. Kai Christiansen, hat vor dem wachsenden Fachkräftemangel in Apotheken gewarnt. Die Personalsituation in Apotheken sei desaströs und könne zum Zitat Sargnagel für die Apotheke vor Ort werden. Allein bei der Apothekerkammer Berlin sind derzeit 140 offene Stellen für PTA geschaltet, bei etwa 750 Apotheken in der Hauptstadt. Neben übertariflicher Bezahlung werden zum Teil vierstellige Wechselprämien, das Angebot einer Wohnungsvermittlung oder gedeckelte Stunden im Handverkauf angeboten. Der Versandapothekenmarkt in Österreich konzentriert sich weiter. Der Großhändler Farmosan übernimmt die tschechische Versandapotheke Vamida. 2018 war Vamida bereits mit dem Mitbewerber Apobac fusioniert, hinter dem ebenfalls Farmosan steht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Vamida Vamida Vamida